Hallo, Willkommen zurück bei Minecraft. Wir hatten uns überlegt, ein ordentliches Feld hinzubauen, was nicht ganz so einfach ist, da mich dieses Bilde gestört. So, wir wollten ja so ein richtiges Feld hinhaben, wofür wir aber wiederum Eisen brauchen. Ohne Eisen wäre das nichts, wenn ohne Eisen können wir uns kein Eimer machen, um das Wasser da rauszukriegen. Das sieht jetzt hässlich aus. Ich klatsch da nachher irgendwas anderes vor. So, das dürfte reichen. Wir suchen immer noch Tierchen oder so. Irgendetwas. Oh. Hallo. Ich weiß was. Viel besser als Getreide sind immer noch... Moment. Äh. Zäune. Richtig gehört. Zäune. Und Weizen. Äh. Kommt, Tierchen. Zombies. Wir kriegen Besuch. Hässlich. Gehen wir mal schnell ins Bett und schlafen. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Wir haben ein Schaf. Guck mal, wer hier rumlungert. Na komm. Komm mit mir. Fein machst du das. Jetzt kommt ihr mal her. Liebe, Liebe, Liebe. Guck mal. Ein Babyschaf. Schweine muss sich ja mit Karotten locken, glaub ich. Aber dafür will ich sein Schenken haben. Wohin man guckt nur Birke. Das ist doch echt nicht mehr wahr. Das ist eigentlich ein schönes Holz. Obwohl ich mein Haus gerne etwas dunkler hätte. Jedenfalls vielleicht mit einem dunklen Zaun oder so. Aber ein Tor brauchen wir noch für unser Gatter. Ja. Wie war das jetzt noch? Hm. Klasse. Immer wenn ich Holz brauche, fehlt es mir. hier. Ich höre eine Spindel. Wo ist hier eine Spindel? Hm. Komische Sache. Die wird irgendwie lauter. Spinni. Ich hab Angst. Ich geh. So. Etwas Birkenholz. Das Gatter war, glaub ich, so. Genau. So war das Gatter. Richtig. Bleib drinne. Bleib drinne. So. Mehr ihr Schafe. Wir haben Stein. Wir haben immer noch keine Kohle. Auch hier. So. Da. Eigentlich weiß ich noch gar nicht, ob ich hierbleiben wollte. Ich glaube, ich wollte mir aber eine andere Location suchen. Aber da hinten zum Beispiel, ganz schön aus. Schauen wir mal. Oder wir bleiben so lange hier, bis wir die Grundausstattung für eine große Reise zusammen haben. Ja, sonst ist es ja auch ein bisschen doof, wenn wir uns auf große Reise begeben und sterben, nur weil wir zu wenig Material dabei haben. Liebt euch! Und du fangst an zu wachsen. Es frisst. Gras, es rupft mir noch das Gras raus. Das ist doch nicht normal. Zuckerroof. Papier. Hört auf mir. Ich schwöre. Hört auf, mein Gras rauszurupfen, sonst endet ihr als... Ey. Guckt hier. Das war euer Opa. Ich darf doch kein rohes Fleisch essen. Es gibt doch nur Würmer oder so. Weg, 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 weg. Verrottetes Fleisch. Das kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Alter, verarsch mich nicht. Geh weg. Hier haben wir diese hässlichen Spinnen. Oh, ich höre die schon wieder. Ein paar Fackeln. Machen wir es mal anders. Immer diese Schafe. So, das sollte eigentlich ausreichen, hör auf zu fressen. So, ich würde mal sagen, in der nächsten Folge werden wir uns mal in den Berg begeben. Wir brauchen dringend Eisen und Kohle und vielleicht noch mal ein bisschen Gold, ein paar Diamanten, wer weiß das schon. Bis dahin, tschüss.